Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Morgan Zerkum von Infrakta und ich bin in Empire at War. Der Aliens mordt mir, es schlagen jetzt die Raumschlacht um Ort Mantell. Ja, Commander. Eure Befehle? Erwarte Befehle. Tiger-Schwader hier. Ich bin hier. Gegnerische Truppen voraus. Erwarte Ihre Befehle. Erwarte Ihre Anweisungen. Kreuzer hier, navigiere. Geräte an. Hier, Broadside-Kreuzer. Euer Befehl, Sir. Befehl bestätigt. Zerstörung des Schildgenerators. Kreuzer meldet sich. Beginne den Angriff. Commander. Unser Startkampfgebot ist verspächtet dem Gegner ab. Der Hauptgangsgerät wurde ausgeschaltet. Melde mich wie befohlen. We must retreat. Wir haben sie in Sicht. Fall back, fall back. Kanonenboot hier. Auf Angriffsposition. Ja, Commander. Bestätigen. Die Schilder sind ausgefallen. In Bereitschaft. In Bereitschaft. Der Auto ist ausgefallen. Bereit, Sir. On the Sturgeon. Bomber in Bereitschaft. Bomber geschwader hier. Bereit, Herr Befehle. Cruiser reporting. Cruiser reporting. Erwarte Befehle. Greifen wir an. Erwarte Ihre Anweisungen. Geschütze Feuer bereit. Unser Antrieb ist ausgefallen, Sir. Erwarte die Nachzügler. Roger bestätigt. Sammeln für einen Angriff. Beginne mit dem Angriff. Sie nähern sich schnell. Angriff. Information. Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Noch mehr Gegner. Unsere Schilder sind ausgefallen. Die Schilder sind ausgefallen. Meldet mich wie befolgt. Anruf, melde sich. Ja, Sir. Der Störer hier. Bereit für Befehle. Ich werde es versuchen. Ach, das ist noch Feuer. Feuer. Verstanden. Feuer. Reuchte online. Habe verstanden. Eröffnet das Feuer. Reis hier. Für das Imperium. Erwarte Ihre Anweisungen. Greife an. Eure Befehle. Unsere Starter wurde ausgeschaltet. Ich bin hier. Wolk sei hier. Oh, tut mir leid. Zeit in Reichweite. Hauptantrieb ist ausgefallen. Schilder ausgefallen. Wir haben unsere Turbolaser verloren. Position bestätigt. Wir haben unsere Startrampe verloren. Erde beschossen. Tautankreuzer hier. Konzentriere die Feuerkraft. Antrieb defekt. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Commander, Sie treffen uns. Ja, Commander. Eure Befehle, Sir. Bereit für Befehle. Beginne mit dem Anflug, Sir. In Bereitschaft. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Frequenz offen. Zeit in Reichweite. Jawohl. Bomber bereit. Bomben unterwegs. Sternenzerstörer in Bereitschaft. Wir haben starken Widerstand geleistet. Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Sternenzerstörer hier. Wir haben die maximale Wirkungen. Ja, Commander. Ja, so ein richtig fetter großer Sternenzerstörer, wenn der mal losliegt. Ja, so ein richtig fetter großer Sternenzerstörer, unsere Startrampel wurde ausgeschaltet. Da geht's hin. Bereit, Sir. Bereit für Befehle. Schaltet die Ionenkanonen aus. Erwarte Befehle, Sir. Erwarte Befehle. Verzögere Beschuss für maximale Feuerkraft. Angriff auf dieses Ziel. Erwarte Ihre Befehle. Erwarte Ihre Anweisungen. Greife Ziel an. Euer Befehl, Sir. Commander. Unterwegs zu den Koordinaten. Feuer frei. Teilgeschwader in Bereitschaft. Kurs eingegeben. Beginne Angriff. Waffen geladen. Feind in Reichweite. Systeme online. Bereit zum Befehlesempfang. Was muss ich denn hier jetzt noch kaputt machen? Ja, Sir. Home-Link aktiv. Roger bestätigt. Roger bestätigt. Bereit. Position bestätigt. Wir rücken vor. Bestätigt. Verstand. Magst du meine Einreisenkapazität erreichen? Kreuzer meldet sich. Ziel bestätigt. Zerstörung der Laser. Ziel bestätigt. Zerstörung der Laser. Lehre mich dem Ziel. Ja, Sir. Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Ich erlebe die Laserbatterie. Okay, sie haben sie zerpflückt. Was immer da noch mal. Ist jetzt auch weg. Gefechtsbereit. Frequent offen. Roger bestätigt. Da ist noch irgendwas. Erwarte Ihre Anweisungen. Irgendwas ist doch da drin. Nibulan B-Tregatte hier. Bereit einen Angriff vor. Kleines Kanonenboot hat sich da versteckt. Bereit für Befehle. Kommande, unsere Schilde werden uns vor diesen Asteroiden nicht schützen. Information. Greife an. Ja, wir haben ganz schön Verluste erlitten. Andererseits, das Imperium hat genug Kapazität, um eine Menge neue Flotten auszuheben. Wir haben geliebt. Wir haben geliebt. Ja, das war das letzte. Das muss noch weg. Dann sollten wir jetzt mal die Bodentruppen ran schaffen, um den Planet zu stürmen. Ganz schön gekostet. Ich weiß nicht genau, warum Javin 4 jetzt blinkt. Das ist mir tatsächlich doch egal. Also die Flotte fliegt noch nach Kalan und von dort erst weiter nach Rotmantel. Separatistenstützpunkt. Ja gut, sobald der Planet stürmt ist, verlegen wir zu den beiden Planeten, das scheinen auch irgendwelche Separatisten draufzusitzen. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Das wäre natürlich eine Überlegung wert, die Kohle zu investieren, weil das ist hier so eine ziemlich wichtige Verbindung. Konstruktion abgeschlossen. Sternenzerstörer hier. Sternenzerstörer hier. Ach stimmt, hier kann man ja koreanische Flotten zusammenstellen. Aufbau läuft. Aufbau beginnt. Aufbau hat begonnen. Aufbau hat begonnen. Aufbau hat begonnen. Ja, siehe mir mal unsere südliche Linie. Aufbau hat begonnen. Gebäude wird errichtet. Aufbau beginnt. Kontrolle über die Planeten erreicht. Aufbau hat begonnen. Gut. Sehr schön. Kalan ist jetzt auch Imperial. Verlegen wir die Truppen. Bei Kuat haben wir eine schöne Flotte. Ausbau ist auch hier. Aufbau hat begonnen. Und bei Trallus haben wir jetzt auch eine Ordnung. flotte zumindest in der lage ist hier die grenzen zu sichern bei corolla kann wir noch ein relativ schwacher verband den kümmern noch verstärken bei gelegenheit da wenn ja noch flotten produziert die kümmern nach corolla dann auch verlegen von kursand aus dann sichern wir hier die schnellroute während die hauptflotte ja erstmal hier den nordwesten sichern soll ich bin dafür dass man immer erst so ein teil von der karte nach und nach putzt so dass da quasi der rücken frei gemacht wird von anderen aber wir sind die gegner schon wieder erstaunlich passiv also bei der mod ist es manchmal ganz seltsam die eine kampagne sind so hoch aggro und bei einer anderen kampagne und hier scheinen sie wieder extrem passiv zu sein also dass das ist manchmal ganz seltsam ja okay aber ich denke den angriff auf planet man meinen eigenen video das dauert nicht wieder sehr lange diese gefechte gut mir geht es ja erst mal so so darum immer hier die mod und das spiele eben zu zeigen was ein fragter games archiv weil finde ich persönlich eine der besten spiele generell für star wars fehlende atmosphäre aber das scheint mir schon wieder so eine kampagne zu sein so wo ich einmal der einig bin der was macht also die anderen erobern scheinbar keinerlei planeten und das ist ja dann auf dauer ein bisschen fahrt das ist irgendwie auch mehr so glücksach ob ich jetzt einen starten wo dann wo es dann richtig abgeht oder wort egal also ich spiele es heute noch ein bisschen weiter auf jeden fall auch wenn vielleicht die kai extrem passiv wieder ist es auf jeden fall interessant wenigen ganzen schiffstypen und das ist das wenigstens einmal so eine kampagne hier so einen auftrag mal durch habe wie auch immer wir sehen uns hier wieder ich wünsche euch was macht's gut bis bald